Wie sieht es eigentlich in Deutschland aus? Darf ich im Auto übernachten oder gar wohnen? Wie ist die Rechtslage? Also in der Straßenverkehrsordnung steht nichts darüber, dass ich nicht im Auto übernachten darf oder wohnen darf. Also aus verkehrsrechtlicher Sicht darf ich im Auto übernachten. Ich dürfte sogar theoretisch drin wohnen, solange das Fahrzeug nicht irgendwo im Halteverbot oder auf Privatgrundstücken steht. Auch kann es mir keiner verbieten, nach einer durchzechten Nacht, wenn ich nicht mehr in der Lage bin zu fahren, mich im Auto dementsprechend auszuschlafen, bis ich wieder nüchtern bin. Nur dabei sollte ich bedenken, mich nicht gerade auf den Fahrersitz zu setzen und den Schlüssel nicht unbedingt im Zündschloss zu haben, sonst kann es mir als Fahrversuch ausgelegt werden. Es kann mir auch keiner verbieten, mein Fahrzeug tagelang am Straßenrand zu parken und in meinem Wagen zu schlafen. Das Problem ist nur, sammelt sich im Laufe der Zeit Müll rund um mein Fahrzeug an oder ich benutze den Bordstein als Toilette, kriege ich natürlich ein Problem mit dem Ordnungsamt. Nur ich habe ein Problem bei der ganzen Geschichte. Ich könnte mein Auto im Prinzip nicht als Wohnung anmelden. In Deutschland herrscht ja Meldepflicht, das heißt beim jeweiligen Einwohnermeldeamt die Wohnungsadresse melden und mein Fahrzeug ist keine Wohnung, also kann ich mich da nicht anmelden. Also gibt es nur die Möglichkeit, offiziell bei Freunden und Bekannten zu wohnen und das dann als Meldeadresse angeben. Also rein rechtlich spricht nicht unbedingt viel dagegen, bis die Sache mit der Meldeadresse, aber sonst auf Dauer ist es wahrscheinlich auch nicht sehr bequem, in einem Auto zu wohnen. Dann lieber in einem Wohnmobil oder in einem alten umgebauten Bus.